so einmal arbeiten verkäufer im spiel laden schade dass man da kann nicht einfach so spiele geschenkt bekommt das wäre noch schön so ja kommen nachverarbeitung so bewerben habe ich gemacht da kann er jetzt erstmal in ruhe arbeiten so du gehst auch gleich noch mal wieder als verkäufer genau tschüss macht's gut so ich habe gehört dass du ein paar richtig spiele hast ich will die maus probieren ja gut kann ich nur okay sagen so schlafen und dann tue ich mal autos waschen danach müsste ich eigentlich fast meinen neuen pc zusammen haben das werden doch sehr gut noch so arbeiten wieder als verkäufer dann tue ich erst verkäufer dann autos waschen so ja weil omas helfen das bringt nicht so viel naja zu 37.000 abonnenten und ich kann schon pc kaufen so da geht noch mal autos waschen zeitung austragen könnte der auch noch könnte vieles machen so das wird aber erst bereichen gut dann geht doch noch mal zeitung austragen und danach muss aber schlafen und essen so dann einkaufen da hat er ja schon mal einen straffen plan willst du dich unterhalten möchte ich nicht und ich verliere wieder abonnenten das war ja klar so schlaf dich aus gut wieder ein sandwich essen ich fühle mich nicht gut weil meine freundin gestritten habe ok gut dann muss nehmen spielen lassen ich möchte nicht ins kino so einkaufen jetzt kriege ich meinen neuen pc pc auswählen so und die haben jetzt die miete abgezogen und ich kann trotzdem noch pc kauf ich kann trotzdem noch ein pc kaufen das ist sehr gut ach so ich habe ja noch hier zack so was kaufe ich noch eine neue webcam und neun neues mikrofon so und tastatur ja das klappt sehr schön so neun pc und was ist das ach jetzt bezahle ich insgesamt 80 das ist aber nicht gerade sehr viel so maus habe ich warte noch auf der tastatur so neues gameplay das ist immer noch aktuell das ist ein bisschen schade weil ich schon so viel habe so da kann man noch nichts verändern aber die renderzeiten die gehen wieder runter das sehr schön winkende begrüßung und zusammenfassung des spiels ernster kommentar ähm endlose dialog äh feierlicher schrei einfach mal so und ladebildschirm mit hinweisen sinnloser kommentar so du hast ein easter egg gefunden ähm linker kommentar und winkende verabschiedung zack so das passt dann dann kommt das zack so perfekt so rendern elf stunden allt noch zack das wo zack zack w zack